Michael packt aus. Viele wollen immer wissen, was habe ich eigentlich auf der normalen Tour mit, also jetzt nicht auf einer Bikepacking-Tour, Mehrtagestour, sondern einfach auf einer normalen Tour. Ein Teil, was ich immer mit habe, ist, auch wenn ich mal nur eine halbe Stunde fahre, ein Pannenspray. Das hilft schon sehr viel bei einer größeren Panne, Löcher bis 3 mm. Ansonsten Minipumpe, was habe ich noch in der Tasche? Ein Multitool mit, wichtig, Kettenlider, falls da mal irgendwas ist. Ein Mobiltelefon mit etwas Geld, falls man einen Kaffee bräuchte oder ein Eis. Und dann noch immer einen kleinen Beutel. Was habe ich in dem kleinen Beutel drin? Das Wichtigste, den Schlauch. Hier von Tubolito, Aerotan, schön klein, der nimmt nicht viel Platz weg. Ich habe mal einen Kabelbinder mit, falls irgendwas reicht. Manchmal kann man damit was retten, sei es der Boa-Verschluss vom Schuh etc. Ein Reifenheber, beim Rennrad manchmal ein bisschen Streber, beim Mountainbike bekomme ich so ab, aber ansonsten meistens für meine Begleiter. Einen Kettenwachs habe ich meistens auch dabei, auch meistens für meine Begleiter, wenn die Kette quietscht und es dann doch ein bisschen nervig wird. Ansonsten Ventilverlängerung, hochprofilfähiger, Ventil zu kurz etc. Ein Schlüssel, um Sklaverantventile, französische Ventile rein und raus zu schrauben. Kettenschloss für 10, 11, 12-fach, je nachdem was man braucht. In meinem Fall 12-fach. Ein Ventiladapter für die Tankstelle, falls wir da mal nicht weiterkommen. Und zu guter Letzt eine Schraube für das Pedalklied. Wenn das mal verloren geht, haben wir auch ein Problem mit unseren Schuhen. In diesem Sinne, das sind die Geheimnisse meiner Trikotasche. Hat euch unser Video gefallen? Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und weitere Videos zu uns findet ihr dort oben.